Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mie-Nachrichten war der 30. Juli 2022. Es gibt Neuigkeiten zur Grüntheeknappheit. Jedes Jahr im Juli erreicht der Grüntheebedarf neue Höchstwerte. In der Vergangenheit stellte die Grüntheeknappheit im Juli ein echtes Problem dar. Dieses Jahr aber konnte seine Produktion glücklicherweise um das Fünffache gesteigert werden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Nicht zu glauben, dass so etwas tatsächlich passiert ist. Damit kann ich nicht übereinstimmen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin krass jung. Der 30. Juli war das Lendedatum dieser Mie-Nachrichten. Enjoy the show!